Die Schwelle zwischen Leben und Tod wird immer breiter. Die moderne Medizin ermöglicht lebensverlängernde Maßnahmen, die aber nicht immer erwünscht sind. Doch wie soll der Patient dem Arzt signalisieren, was er in diesem Augenblick möchte? Gut, wenn dann eine Patientenverfügung vorliegt, in der alles klar geregelt ist, geschrieben in einer Zeit, in der der Patient noch bei bester Gesundheit war. Doch das ist gar nicht so einfach. Wie oft verändern wir unsere Absichten in all den Jahren? Und ist das, was der Patient will, dann auch tatsächlich erlaubt? Langsam wird klar, warum der Bundestag über Jahre dieses Thema diskutiert hatte. Wir Deutsche sind bekannt dafür, dass wir uns für alle Lebenslagen absichern. Wir haben eine Versicherung fürs Eigenheim, eine Versicherung für unser Auto, wir treffen Vorsorge für das Alter und wir versichern uns für den Katastrophenfall. Doch wie versichern wir uns der Tatsache, dass wir am Lebensende so behandelt werden, wie es unserem Willen entspricht. Viele Menschen haben Angst, am Lebensende hilflos an Apparaten zu hängen. In der Rosenheimer Senioreneinrichtung Katharinenheim informiert sich die Sozialpädagogin Nadja Stielz über den neuesten Stand in Sachen Patientenverfügung. Der Experte Ulrich Kasperek hilft ihr dabei. Es ist ja nicht gerade sehr würdevoll, wenn ich acht oder neun Jahre an den Apparaten hänge, sei es nun ein Beatmungsgerät, sei es nun an der Magensonde. Es ist halt nicht würdevoll. Und da bin ich der Meinung, hier sollte der Gesetzgeber das tatsächlich auch schnell regeln. Wobei ich allerdings sagen muss, dass auch der Betroffene, der eine Patientenverfügung macht, sich sehr gute Gedanken machen muss über die Patientenverfügung. Es reicht nicht, dass man eben nur Kreuze im Formular macht und dann unterschreibt. Es muss auch eine Patientenverfügung mit Tiefe sein. Es darf nicht oberflächlich sein, was bei vielen Patientenverfügungen ja der Fall ist. Für welchen Fall ist eine Patientenverfügung hilfreich? Anna Nägler ist 92 Jahre alt und leidet an Demenz. In weiser Voraussicht hat sie bereits 1999 eine Patientenverfügung verfasst. Wie beurteilt der Experte die Wirksamkeit ihrer Verfügung? Primafacia ist dieses Formblatt wohl ein ziemlich altes Formblatt. Ich sehe am 01.09.99 unterschrieben, die heutigen Formblätter, die haben mehr Substanz. Da heißt es, falls ich in einem Zustand gerate, in welchen meine Urteilsfähigkeit oder Entscheidungsfähigkeit unwiderruflich verloren habe, sollen lebensverlängende Maßnahmen unterbleiben. Es ist besser, diese Patientenverfügung als gar keine. Hier haben wir zumindest mal etwas, was dem mutmaßlichen Willen doch ganz klar heute zum Ausdruck bringt. Ob allein aus dieser Patientenverfügung der tatsächliche Wille herauszulesen ist, wage ich zu bezweifeln, aber der mutmaßliche Wille. Solange der Patient geistig fit ist, entscheidet er nach dem Gespräch mit seinem Arzt, ob und wie er weiter behandelt werden soll. Anna Nägler kann ihren Willen nicht mehr äußern. Hätte sie keine Patientenverfügung, würde ihre Betreuerin gemeinsam mit dem Arzt über die weiteren ärztlichen Maßnahmen entscheiden müssen. Wie beurteilt der Arzt die Patientenverfügung von Anna Nägler? Zunächst mal im ersten Blick finde ich das wunderbar, dass sie so kurz ist. In einer Notsituation, wo es um die Entscheidung geht, ob eine Reanimation zum Beispiel durchgeführt werden soll, würde ich meinen, ist das nicht ausdrücklich in dieser Verfügung erwähnt, dass Reanimationsmaßnahmen nicht mehr gewünscht werden. Es steht der Satz drin, für jeweilige Probleme sollte das mit den angegebenen Personen besprochen werden. Das finde ich gut und richtig für alle die Situationen, wo man genug Zeit hat. Wir haben heutzutage eine höhere Erwartung an die Möglichkeiten der Medizin. Andererseits fürchten wir unnötige Therapien, die eine Sterbens- und Leidensverlängerung mit sich bringen. Trotzdem haben nach einer Schätzung der Deutschen Hospizstiftung aus dem Jahr 2003 nur ca. 7 Millionen Menschen eine Patientenverfügung verfasst. Woran liegt das? Ich denke, für viele Leute ist es einfach sehr unangenehm, sich mit der Tatsache auseinanderzusetzen, dass man sterben wird. Das ist zwar allen bewusst, aber so eine Patientenverfügung macht es halt nochmal sehr viel deutlicher. Sachverständige sind sich einig. Für die Patientenverfügung muss eine gesetzliche Regelung her. Sie soll im Betreuungsrecht verankert werden. Am 4. März fand im Rechtsausschuss des Bundestages eine Anhörung statt. Drei Konzepte standen zur Diskussion. Eines davon hat der Abgeordnete Wolfgang Zöller-CSU verfasst. Seiner Ansicht nach soll in bestimmten Fällen auch der mündlich formulierte Wille bindend sein. Einschränkungen etwa auf tödlich verlaufende Krankheiten soll es nicht geben. Die Vorschläge von Joachim Stünker, SPD, und Wolfgang Bosbach, CDU, unterscheiden sich in der sogenannten Reichweitenbegrenzung. Das bedeutet beispielsweise, Demenz, um es klar zu sagen, im Endstadium, das dauert ja ziemlich lange auch, da soll dann diese Patientenverfügung greifen können. Da soll zum Beispiel dann nicht mehr eine Magensurne, eine PEG gelegt werden. Dann kann eben der Arzt zwar der Meinung sein, es ist noch möglich, aber hier kann dann der Patient, der Bewohner dann sagen, der Betroffene, ich möchte keine lebensverlängenden Maßnahmen. Oder er sagt, ich möchte Abbruch dieser lebensverlängenden Maßnahmen. Es geht also um die Frage, ob eine Patientenverfügung nur dann gelten soll, wenn die Krankheit bereits einen unheilbaren tödlichen Verlauf genommen hat. Anna Nägle hat Glück. Ihre gesetzliche Betreuung hat ihre Enkeltochter übernommen. Und Uschi Huber fühlt sich verpflichtet, im Sinne ihrer Großmutter zu handeln. Also für mich ist es sehr wichtig, dass meine Oma eine Patientenverfügung hat, weil ich, wenn die Situation mal auftritt, dass sie nicht mehr, gesundheitlich nicht mehr kann, dass ich mich leichter bei meiner Entscheidung dann tue. Also meine Oma, die hat uns vor vielen Jahren mal zum Kaffeetrinken eingeladen, also meine beiden Onkel und meine Tante und bat uns zu dem Zeitpunkt schon, dass sie im Würde sterben möchte. Und wenn sie mal bettlägerig sein sollte oder richtiger Pflegefall sein sollte, möchte sie einfach nicht mehr an Maschinen angeschlossen werden. Und sie wünscht sich einfach eben einen würdigen Tod. Wer seine Interessen so gut aufgehoben weiß, ist auf eine Patientenverfügung nicht mehr angewiesen. Solange sie als Patient einwilligungsfähig sind, entscheiden sie selbst über alle ärztliche Maßnahmen. Für den Fall, dass sie ihren Willen äußern können, ist es ratsam, eine Patientenverfügung zu haben. Damit es später dann zu keinen Schwierigkeiten kommt, berücksichtigen sie dieses. Erstens, die Patientenverfügung sollte so konkret wie möglich und auch auf ihre individuelle Situation bezogen verfasst werden. Beispiel, sie verfügen, dass bei Aussichtslosigkeit keine Apparate eingesetzt werden sollen. Definieren sie das Wort Aussichtslosigkeit genau, dann ist die Patientenverfügung für ihren Arzt verbindlicher. Ratsam ist es, sich medizinische Beratung einzuholen. Zweitens, besprechen sie ihre Patientenverfügung mit einer Person ihres Vertrauens. Vereinbaren sie mit dieser, dass sie ihren Willen bekräftigen für den Fall, dass es zu unterschiedlicher Auslegung beim Arzt und den Angehörigen kommt. Drittens, bekräftigen sie ihren Willen, indem sie ihre Patientenverfügung alle zwei Jahre aktualisieren. Damit stellen sie sicher, dass Ärzte und Pflegepersonal die Wirksamkeit der Patientenverfügung nicht in Frage stellen. Wenn sie diese Hinweise berücksichtigen, dann ist unstrittig, dass ihre konkret und klar definierte Patientenverfügung unabhängig von Art, Schwere und Stadium ihrer Erkrankung verbindlich ist.